Das Stadion ist doll, das könnte gerne dauerhaft drin sein, aber erst einmal Hallunderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Waffenlagerschränke, wie da keine Kontaktgranaten auf den Schwarm werfen können. So, hier, Änderungen mit diesem Update, ja, das war's schon, Buggone hinzugefügt, fertig. Darf jetzt die ganze Gigabyte, oder was? Ja, haufenweise Waffenaufsätze hinzugefügt, Griffe hier und vorne bei der Mündung, hier und da und dort, das hat 65 Gigabyte gekostet. Aha, ach ja, und der Rückstoß aller Waffen wurde ja, oder von fast allen Waffen wurde erhöht, das war auch sehr offen. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Da merke ich aber gar nichts von, also wenn ich... Schienpistolen, das ist ja auch der von der Frost. Ich habe schon mal sicher, dass ich denn alles überlebt habe. Was? Das ist mein Mann. Ich fahre gleich durch. Hä? Was war das denn jetzt? So ziemlich jeden schrotzenden Schuss ist er. Jeden haben die überlebt und das waren teilweise Volltreffer. Es bleiben fünf Sekunden. Warum bei den Verteidigern so Sanduhren sind, das muss Ubisoft auch mal erklären, als ob wir wechseln könnten. Die Verteidigern ist verstärkt. Leger Willkommensmatter aus. Ich lege Stachelgrad aus. Das Gerät ist vorbereitet. Bereite Willkommensmatter vor. Das Gerät ist in Position. So. Komm in die Tür. Komm in die Tür. Ich hab' mein Magazin. Sie haben ihre Versuche den... Kämpft und in die Matte gefallen. Am Fenster, am Außenfenster. Ich hab'n geklaut, den Kill'n ist tut mir leid. Noch einer drin, Vorsicht. Ah, ich will so rumgammeln. Was kommt da? Keine Ahnung. Wurde entfernt, wir werden verlassen. Wurde entfernt. Letzter verbleibender Gegner. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigene Truppen. Hab die Eliminierung gutgeschrieben bekommen. Hauke hat ja oft gemeint, vielleicht haben sie es jetzt wieder geändert. Äh, äh. Krass, wie groß das Update waren. Wie wenig. Also es ist ja schon viel passiert, aber meistens nur zwölf Operatoren haben einen Aufsatz bekommen, dann wieder 13 andere einen anderen Aufsatz. Über 20 Operatoren haben neue Visiere bekommen. Ah, ich hätte auch mal Plus und Minus, jetzt sehe ich das erst. Folgende Operatoren haben jetzt alle Visiere. Aha, und die Waffen auch noch. Keiner, oder? Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Muss weiterspielen. Temi taucht zweimal auf, weil er jetzt sogar noch ein anderthalbfach bei beiden hinzubekommen hat. Kann losgehen. Bensi eingesetzt. Ist auch bei der Schrift hin. Oh, da ist das Schrift hin. Das coole Sturmgewehr. Lukas zu. Wie soll das so gefliegt? Komm schon, bring an. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner konnten den Biogefahrgutbehälter nicht finden. Lade neues Magazin. Zugang gesichert. Wechsle Magazine. Neue Übertragung aktiv. Nicht in den Explosionsradius kommen. Lade nach. Tür gesichert. Zugangssperre scharf gemacht. Zugangssperre scharf gemacht. Zugangssperre scharf gemacht. Räunch sarf gemacht. Carra, bitte dankbar. Hinmer sind aktiviert. Zugangssperre scharf gemacht. Tür im Auto behalten. Wieso ist denn da offen? Es war keine Wanz für übriges, MG. Wieso ist denn da offen? ein schildes futsch basteln mal wieder zusammen hast du klebstoff klebeband habe ich alle sitze ich habe gar nicht vor fast eigentlich jetzt ein schnitt aufbauen die scheiß glas scheibe auf die glas scheibe getötzt die gegner haben den bio gefahrgut behälter entdeckt darf ich zu weit zur pappe gehen ich weiß aber auch nicht dass er meine minen sieht nur noch ein gegner übrig auch da gut da ist halt oben schade der hatte mal später die können jetzt nicht werfen ob der jetzt durch die mine sie haben ihre versuche den behälter zu sichern eingestellt ein schweiß nicht zu beendet die 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 Ja, wir haben einen mit einem 900er Ping, 1000er Ping jetzt. Hocker und ich werden mal einen, der hat einen 20.000er und der ist drin geblieben, da habe ich sogar einen Screenshot von. Und letztendlich habe ich es auch auf Video, keine Ahnung, wo es rauskommt, vielleicht in 7 Monaten oder 8. Tschüss. Ping. Oh, Störsender Mann, Waffenlager, Schränke, geabsprochen haben sie auch. Störsender Mann, den Asami und die Mira. Warum macht die Drohne Fahrgeräusche? Die gehört ja gar keinem, zumindest da gehört keiner drin. Ach, das ist der rausgegeleine. Einsatz in 10 Sekunden. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Karabschrause. Piu. Die bringt doch was an. Keine Gabschraube mehr. Das hat eine Gefahr für die Allgemeine. Ich habe einen Biobehälter gefunden. Ich lade mein Magazin. Sind die jetzt? Waffenlager. Die ist sehr auf dem Flur, ist ein Mute. Die ist sehr auf dem Flur, ist ein Mute. Der ist verpasst. Doch, war ich, gell? Okay. Mira Fenster. Feindliche Aktivität. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Mute Tier. Einer Trupp wurde eliminiert. Feindliche Aktivität. Einer Trupp. Feindliche Aktivität. Feindliche Aktivität. Tut mir leid, kleiner schwarzer Spiegel. Und das Päckchen. Heute ist irgendwie nicht unser Tag, will das sein. Hm. Liegt warm, Eycock. Wieso bleiben wir denn zu viert? Und ob es so auf dem da ist, ist er da echt doof. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiere. Küche! Der Kastel. Sehr schön. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Mira oder Frau Frost? Wo war Mira? Störsendermann. Störsendermann haben sie noch. Oh, der hat so. Störsendermann ist der Letzte. Kann jemand die Grabschwurre töten? Vorhin hat das jemand gemacht. Ich bin leer. Gleich knallt es. Gleich knallt es. Die Sprengladung ist bereit. Nachlangen. Schuss. Nicht. Oh, eine Kamera. Mann. Heißer. Ich dachte schon wieder zu viel. Jetzt sind wir noch zu dritt. Ubisoft, ihr Kacknasen. Steht jetzt gleich 2-2. 3 gegen 5. Wo möchte ich das Bild schon wieder ausmachen? Habe ich da vorhin schon gemacht. Das ist ein bleibender Gegner. Was ist hier rum? Komm, IQ, das schaffst du. Immerhin hat sie noch eine Sprengladung. Aber dann werden ihre Füße beschossen. Jetzt klärt sie ab. Aha. Spreng's auf. Gar nicht mal so doof. Aber durch Spiegel, da kommt es ja nicht rein. Doch, ein bisschen doof. Mach den Spiegel kaputt, sonst sieht's dich. Ah, es war verletzt. Super. Aber man kann so schön schlau daherreden, wenn man zuguckt. Ganz schön ein kleines Team. Kleiner Bauho. Ja, keine Tüte. Ganz schön geizig. Dieses Ubisoft. Hm? Ja, keine Tüte. Ich hab bei Ella drei Outfits. Das ist ja unfassbar. Das gab's mit einem Geschenk, wenn ich das Geschenk daneben richtig daute. Was ist denn das für eins? Muss ich mal beim nächsten Mal gucken. Das gab für Ella mal für die Division eins. Stimmt, jetzt wo du sagst. Auf jeden Fall war es kein The Division Outfit, denn das wäre mir aufgefallen. Beim gerade angucken. Den Standort des Bio-Gefahrgutbehälters finden. Bücher. Kapi, Kapi. Kapi, Kapi. Der Flüge-Fahrgutbehälter wurde lokalisiert. Letztes Ella. Gut, rechte. Ja. 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Keine Ansage? Okay. Moine. Ich hab mal deine Kamera kaputt. Moine. Wechsle das Magazin! Hm, verlassen. Pst. Geh ich da nicht rein. Keine Munition mehr! Terminat, keine Munition mehr. Oh, wie soll ich? Boah, Warden läuft am Tresen rum. Ja, macht mal. Ich bin wieder da. A2, das ist ja meistens mit seinem Windfänger. Oh Mann. A2, die Ella. Da ist auch jemand. Oh Mann, ist viel markiert. Bring's um, bring's um, bring's um. Hä, ist keiner mehr. Ja. Da hinten ist er hin. Eigener Druck getötet. Hm, wenn's hier Clash gäbe, dann wird es jetzt Clash geben. Es wird esch. Ah, klar dran. Das ist ja fast Clash geworden. Bloß ohne C und ohne L. Das ist ja fast Clash. Ha, 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 ha. Was schweppeln denn die? Haben, haben. Ich bin irgendwie gern ausgedrückt jedes Mal. Coach, nö. Komm mal im Kino gedürzt. Nee, Kino ist nicht bei sich. und strom scheiß oh meinst du wieder mit seiner kopfbremse ich mag ja so römer und überhaupt sagt ja gar nichts mehr das losgeht aber das ding ist so unpraktisch weil es einfach bremst finde ich quag wo meinst du sitzen bei einem aquarium Okay, dann gehe ich den mal besuchen. Ah, jetzt geht das Ding doch an. Ich habe es bewusst nicht zerschossen. Ich lade noch. Aus dem Weg! Oh, Meister, tot! Weg hier! Aua! Oh, was ist das? Boah, noch angeschossen. Mist. Wie die Tür flackert. Es bleiben noch 15 Sekunden. Zehn Sekunden. Ja, sie bringen keinen um. Jetzt dann doch. Komm schnell, bring es um. Nein. Heute läuft es nicht. Irgendwie. Hm. Couch-Tischraum. Musst du ja jetzt kommen, ne? Hm. Hm. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Schussplatten werden eingesetzt. Wand gesichert. Wand gesichert. Wand ist verstärkt. Achtung, werfe Razorblum. Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgutbehälter notifiziert. Es bleiben 10 Sekunden. Ich lade nach! 5 Sekunden. 5 Sekunden. Granate geht raus. Razorgranate unterliegt. Das hört gar nichts mehr, das jetzt losgeht. Gegner haben die Bombe entdeckt. Obacht, oder? Gegner haben nichts gefunden. Wo steh ich mich denn hin? Ich mein, mach mal jeden Weg frei. Aua. Guck doch die Hände an. Guck doch die Hände an. Guck mich beworfen. Mit ne Drohne. Mein Kratzer, alles gut Danke Mein Kratzer, alles gut Es gibt eine schöne Narbe, hat er gesagt Wort bringt oben, das ist gut Hier könnte eine Granate runterfallen Im Fenster sei jetzt nicht noch wer Balkon jetzt einer runter Oh, von der Ruine aus Das heißt nicht Ungünstig Kopf Der Fius Oh, in der Außen war ein Fius, okay Der sei jetzt nicht immer noch da Fünfzehn Sekunden Zehn Sekunden übrig Fünf Sekunden noch Kommt aber nicht rein Zeit abgelaufen Der Behälter wurde nicht gesichert Mission der Gegend Das war's nicht dann Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber richtig, richtig. Nachher ist gegen eins. Und dann war eine Zeit lang Sonnenschein. Und dann in der Mittagspause ging es wieder an. Aber wie? So. Was ist denn hier dahinter? Nix? Okay. Enttäuschend. Und action. Aber es ist etwas. Streusprängsatz, action. Aua. Streusprängsatz, einsatzbereit. Schön auf Zugangsspern achten, ja. Was bin ich mir, sag ich, bin tot. Oh. Vakery ist im Eingangsbereich, kam mit dem Eingangsbereich rum. War in der Garage, glaube ich, und hat da irgendwo ein Loch rausgemacht. Oder das ist Fernsehzimmer. Fernsehzimmer, ja. Ja, ja. Und das ist jetzt durchgesprungen, hat mich erledigt. Die ist da auch noch. Das Acock fällt schon. Immer wenn ich jetzt sterbe, kann ich sagen, ja, ohne Acock wäre das nicht passiert. Was macht eigentlich der EMP-Mann da draußen? Ach so, rumfahren. Der war gut. Einer Druckartgegner eliminiert. Doch gar nicht. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuführen. Nicht Küche, ich guck mal, Keller. Da bin ich schon auf dem Weg, Kind. Gut, dann fahr ich hoch. Erstes Obergeschoss. Da ist Stachelgrad. Keller ist sauber. Da ist die Karabschraube. Schlafzimmer und Stoppelstockbetten und... Da, ping. Jawohl. Das ist doch Traktor, okay. Also ganz oben. Ja, so wie es scheint. Noch zehn Sekunden. Es würde auch die Panzerplatte nicht oben hängen und da oben war viel los und da wurde auch versteckt. Noch fünf Sekunden. Ihr müsst eine Bombe fangen. Oh, er sagt was, wenn es losgeht. Der Herr Kommandant. Lade Magazin aktiviert Bebrückung. Was ist hier alles in der Rand geknäht? Was für Gemüse. Ah, zwei Scheiße. Die Weltkommensmaten. Äh. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Na, unkoll. Entschärfung einleiten. Ich bin auf dem Weg! Gleich geht's nicht auf dem Weg! Ich finde es da so schützendere Fenster. Oh mein Gott. Gleich geht's nicht auf. Der Schaf ist nicht länger in deinem Besitz. Ariello! Der Schaf ist jetzt gesichert. Der ECOG sitzt hinter dem Munitionskissen. Oh, da ist ja noch was. Vielleicht ECOG war das alles einfacher. Das war was. Na, wobei. Kaum leben, der Bug. Das geht doch schief. Schärfer nehmen und rüber gehen. M-m-m. Eigenartohle Schneid. Oder eliminiert. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Bomben-Schütze. Ich geh mal zur Lucke. Achtung, ein Bomben-Standort ist in Gefahr. Die Wand ist verstört! Der Besuch kann kommen. Gerade nach. Das Gerät ist vorbereitet. Ah, Frau Frost mit dem Holz von der Hand. Oh, ich hätt gern acht Batterien. Das wär's doch. Nehmen wir gleich acht, zehn. Die Wand ist sicher! Es bleiben noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden noch. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Schau mal deinen Hinterner weg, Ella. Mhm. Oh. Irgendwann die Bahner. Ah. Da läuft was. Tod. Also die Kamera. Den Bug haben sie auch noch. Dann macht die Bahner hier auf, wenn da kein Strom ist. Was? Die Verkommensmutter war. Ist voll wahrscheinlich im Arsch. Was? 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 Das ist nicht. Was? 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 Nachladevorgang. Wechsle Magazine! Ich lade nach! Okay. Wir wollen sein in einem Webzimmer. Ja? Ich weiß nicht. Danke. Nur noch ein Gegner übrig. Ja, laufen halt alle hin, die Idioten. Klippe die Mine fest. Fünf Sekunden. Leider keine Zeit mehr. Ah, auf der Treppe war... Okay. Ich dachte eher links. Was? Wo auf der anderen Seite? Hm. Ich hab erst bei Yana weggeholt. Die Wegwerder. Richtig mit. Hier werden wir das maiden hier im Netz. Ja. Klippe die quegen. Die Wegwerder. Ja, das ist nicht wichtig. Ja, das ist notwendig. Ja, nur noch ein Teil. Neue. Ja, ich weiß nicht. Ich habe hier dialoggerichtet. Ja, wir haben sich sicher nachdem. Die Bomben sichern. Na, wirklich, ich muss zu Luca. Es gibt ja gar keine Außenbände. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Zehn Sekunden noch. Genau, genau. Träume wieder, der Schuffling ist ausgewiesen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Ich verschläge die Wand. Das Gerät ist am Platz. Wolfgang, da war jemand. Da ist noch viel mehr. Echt mehr. Der Buck, der macht der Herr auf und springt rein und alle sind glücklich. Noch einen so'n verfickten Draht. So'n mobilen Schild. Gut, ich geh. Die Tür ist verstärkt. Dass der auch noch viel Streusprengesetze hat. Äh, Streusprengesetze hat. Du hat mich im Gang. Oh. Oh. Das war Schwarzbartes Gewehrschild. Der zur Bruch gegangen ist. Taten sind mehr wert als Worte. Okay. Die entschärfen doch gleich da drüben bei A. Ja, die entschärfen bei A. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Entschärfer zu verletzt. Sofort deaktivieren. Jetzt kommt rumschneid. Das schafft er. Der Entschärfer wurde zerstört. Sehr schön. Mission des eigenen Trupps erfolgreich. Zum Abend nochmal gewonnen, aber es bleibt das ACOG beim LMGE. Ich will immer Alter sagen, weil das jetzt so der Standardspruch war. Die ganzen Monate. Jahre. Das ACOG beim LMGE und beim Alter, die fehlen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.